Herzlich Willkommen zu Planet Inc. Evolute, wir spielen mit dem Fuguss, Fugusspun, Stangeltut, long design without special effects. Also hier bis hierhin habe ich schon gespielt, das habe ich schon mal getestet. In einem, glaube ich, irgendwann mal. Hier gibt es nichts Neues, was ist hier? Fugusspun, oh yeah. Fangen wir an normales Spiel an. Es ist natürlich die Pilze. Fugsspurin. Ich bin so ein, ihr wisst schon, so wie so ein dieser Samen. Ich habe aber mal was gesehen. So, wir können hier, so. Release a boost of Pilzen spurs into the air to affect a new county. Wir haben hier die normalen Verbreitungswege, normalen Krankheiten, nur das ist neu. Und guck, hier wo haben wir angefangen, jetzt sind wir unten auf einmal. Indien. Müssen wir mal speedern, so. Deswegen sind die Pathos auch noch vorbei. Aber egal, aber egal, aber egal, 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 egal. Ich könnte jetzt theoretisch so. Zack, zack. Da haben wir schon wieder zwei Länder, glaube ich. Zack, zack, von hier hinten, irgendwie kam die Eure. Plus meine Eure. Plus meine Effekte mit den Counties. Tocai! Jetzt nicht mehr, ich weiß es nicht. G-Pin Powerless hat. Nett, nett, nett. Mal gucken, ob das überhaupt was bringt, ich weiß es gar nicht. So ausgiebig hab ich das gar nicht getestet. Und mal gucken ob wir das Spiel überhaupt dann, wenn wir das auf normal durch haben, irgendwie nochmal auf Portal oder so. Eigentlich willst du nur auf normal spielen und dann wirst du für mich eigentlich fertig bis halt sozusagen Patches kommen. Aber vielleicht wollt ihr ja mehr. Vielleicht wollt ihr mehr Fumme sehen. UPDATE LIFT SHIFT BE INFECTED AGAIN. DEPOLENTAL UPDATE LIFT SHIFT BE INFECTED AGAIN. Achso das hab ich gar nicht gerade gelesen. Aha das ist doch was. Ja wir haben schon 400 Leute. Aber der Pilchbauer ist bisschen scheiße. Es verbreitet sich ja so komisch so hier unten und da oder so. Man kann ja theoretisch hier jetzt so BÄM 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 und dann BÄM was ist das denn hier? So. Achso. Achso. So guck mal zack zack. Nein 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 darf ich noch haben. Tausende. Aber tausende. Jetzt ist doch jetzt 10.000 erst. Oh ey. Also ich wurde letzt mal besiegt hier. Deswegen bin ich auch nicht weiter gekommen. Wie schön ne. Vögel. Vögel. Also. Echte Vögel. Nicht so hier äh Flugzeugvögel. So. Ihr verstehn. Und das ist meine Zuckerlady. Die packe ich aber erst. Nach dem Part auf. Solange kann ich mich noch zuckern. Rechtlinien für reiche Länder. Gesundheitrechtlinien. Hm. Ich könnte ja mal mein Küchen. mal die Türke nur am knutschen. Jetzt habe ich bestimmt Hater. 10.000 Hater. 10.000 Hater. bet betrenzyty Erfahrung. O Gott. In der Türkei startet ein Gegengift. Ähm. Mit Gegengift. 720 Millionen. Darüber Türken. Dass so viele Türken bei uns sind. Ich bin auch Deutschland molinei. Ich bin herzlich willkommenev. Also. Pscht. Ich meine es sind ja schon sehr viele hier. das selbe wie italiener spanier sind ja auch sehr viele hier also muss ich mich gerade hier so zurücknehmen bevor die mich hier alle tot haten italiener spanier engländer nicht so aber ja ich habe nur zwei länder hier ist voll doof tukai arbeitet schon gegen mittel die knallen die vögel schon ab das ist ja doof INFECTED SEX kann ich nicht so ein zombie virus haben fällt zomberwärts siehe zwei länder zurück zack zack jetzt geht es rund jetzt geht es rund ich glaube das schaffen wir nicht mehr dafür ist der virus zu schwach ach ich konnte das in der mitte nehmen nein na ha 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 russland ist weg wenn es ein land befallen hat geht es schnell wir arbeiten mal so hier so da bams ich hätte mir das ganze zeit machen müssen und dann kein gegen ge... äh kein symptom mit scheiße ey ich hoffe es geht es geht es ich glaube es geht es auch recht ich glaube es geht es auch nicht so mal so wir kommen ja nicht durch die... wir kommen ja durch den... come on... ich glaube da wird dann nochmal gleich eine runde sein ich glaube das schaffen wir nicht ich habe schon glaube ich schon wieder hoch aber guck mal hier zack weg zack england zack guck mal wie schnell das geht boah china tragt weg oh jetzt... jetzt... jetzt gehts los... jetzt gehts los jetzt gehts los jetzt gehts los das will ich haben wenn die ballerballer in den Kopf sind dann kann der gar nicht mehr so interagieren und abrieren ich hoffe das verlangt aber die... sieht nicht so aus ich hoffe das verlangt aber die... sieht nicht so aus süd-ast-asien hier oben ist ja fast gar nichts mexico pumpt ihre infizierten städte weg ich glaube es ja nicht zack einfach so mal paar millionen getötet fluchverkehr haben wir abgestellt aber... schiffe fahren da noch hin das ist ja irgendwie... iranbombt auch gerichtet weg was haben die denn mit ihren bomben krank doch hören wir zu viel weg ja der pilz beruf ist halt scheiße die sind scheiße guck mal wie viel die städte hier langsam public deflexion hier 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 Wieder ein kurzer Part Aber diesmal teilen wir das besser Im nächsten Part Dann sehen wir mal, wer hier gewinnt So, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao